so hallo willkommen zurück da ist mir die aufnahme bei der letzten folge abgeschmiert also das spiel ist mir abgeschmiert nicht die aufnahme und ja wir sind zurück slowane lebt wieder glück aber irgendwie ja mir wäre es lieber wenn sie einfach tot gewesen ja ohne witz so und wir haben jetzt die leertaste freigeschaltet nach dem crash ach du wartest einfach mal oder kannst heilen so mit der leertaste können wir schneller killen genau die animation können wir damit überspringen ja du wirst sterben du bleibst da so warten sehr schön so gefällt mir das jetzt eher zumindest bis zum ende des levels wir machen es schön langsam ja die links die können wir schwarten die hätte eigentlich vor können egal weiß irgendwie doch dumm er wird glaube ich kassieren da oben ja er könnte sterben der kaios obwohl die müssen baked beans cool die müssen sich aber dadurch quetschen oben heißt die haben gar keine chance sehr schönes leben noch alle leveler er gab diesmal wieder kraft nicht so wie letztes mal gestohlenes wissen ist gestorben nein schade sie hatte aber schon viel leben naja egal das ist mir egal dann sterbt halt ohne sitz so oder war das brug ja ne schade da wir hätten einfach diese dumme helena sorry hätten wir einfach nach vorne schicken können ich bin hier ja mach mal was so you are here sehr schön komm mach mal was ey hier ist gerade einer gestorben level up sehr schön damage gibt es dazu jetzt habe ich aber angst dass er auch sterben wird kann er einen killen? ne wie wäre es wenn er einfach kann er nichtiert werden wir wissen genau das solltet Wir skippten das immer schön, ja. Wenn wir es schon können, ne. Krabbenpastete, lecker. Nein, das machst du nicht. Du wartest einfach. Du heilst den da. Sieh da. So, du greifst da an. Waffenmarke. Oh, der hat ganz viel Damage kassiert. Oh Gott. Nichts da drin. Ist das risky? Slowane. Boah, du darfst nicht schon wieder sterben. Oh Gott. Garruk ist recht tanky. So, mal gucken, wer stirbt. Hartes Level. Geht nicht ohne Tode. Ah, der unten, oder? Kann er sterben? Cool. Oder ne. Es stirbt keiner. Genau, es stirbt keiner. Finde ich gut. Player Face. So. Mit ihm müssen wir immer schön Kills machen, weil dann kriegt er mehr... mehr... mehr Damage. Okay, Garruk hat nichts gemacht. Epic Fail. Du... kannst eigentlich... einmal zurück. All yours. Sehr schön. Wir können übrigens auch nicht speichern. Diese Option. Hauptmenü wäre... dasselbe, wie wir enden. Cool. Er hat einfach nur gewartet. Also Leertaste Spam ist echt dumm. Manchmal. Geht nicht. Oh Gott. Ja gut, dann greif halt ihn an. Das war dumm. Entwaffnen vielleicht lieber. Bye-bye. Boing Knolle. Ja, ja. Level Up. Nochmal. Enemy Face. Oh Gott, die Tempo um eins. Oh Gott. Wer ist da gestorben? Die rechts werden alle sterben, ne? Ja. Die rechts werden alle sterben. Außer sie schaffen es, sich zurückzuziehen. Mein Gott. Ich muss sagen, wir hatten da zu viele Minis rechts. Mein Gott, ey. So rette sich wer kann, du schon mal nicht. Schade. Dann versuch einfach mal alles zu killen hier. Warte, hat sie Food? Ah. Sie ist ja ein Tank. Vielleicht glaubt das trotzdem. Wir killen den Magen hier dort. Wie geht das? Er wird eh sterben. Der? Ah. Level Up. Wow, wie schlecht das Level Up. So, ihr noch? Gut, das war ein Fail. Bei your grace, Fail. Kommt hier immer mehr? Von hier unten? Gott, ihr sollt doch nicht eure Züge überspringen. Ach komm. Geh nach oben, ohne Witz. Du auch. Du kommst am besten gleich mit. Das wär's jetzt, wenn... Wer ist denn das da? Slowane? Wenn die jetzt wieder stirbt. So, er hat unten gecleared. Oh, gebrochener Arm. Kraftreduziert um eins. Mein Gott. Wie viele denn noch? Jetzt stirbt noch jemand. Ne. Ach, das war sie. Die mit Half-Life, die gerade gestorben ist. Ja, sie ist recht tanky, die Helena. Die kann nicht sterben. Wir hätten sie einfach ganz allein lassen sollen, ohne Witz. Schaut sie euch an. Ah. Sehr gut. Kannst nicht angreifen. Ja, mach du mal den. Level up. Fleisch-Klops. So, er kann leider nicht angreifen. Kannst du den killen? Kann sie sterben? Die Vesta? Kann. Da kommt er immer mehr... Erlebt eine Wunde, LP reduziert... Oh mein Gott, ich hab da gar nicht drauf aufgepasst... Der kann ja jetzt... Oh nein! Was für ein Schlamassel! Es schärmen alle. Schaffen wir das noch? Ah, wir haben halt nicht aufgepasst, muss ich sagen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie lange wir hier verteidigen sollen. Und was die Silvester hier machen soll. Maiskolben... Ah, den schafft sie nicht. Ich greife lieber den da an. Das schafft sie auch nicht. Oh, wir haben wieder gewartet... gemacht. Benji ist immer bereit. Benji, geh du mal nach unten. Level up. Mein Schmerz wird leichter mit jedem Schwenk. Enemy Phase. Es kommt immer mehr nach, ey. Immer mehr und mehr. Oh Gott, ey. Wir hatten jetzt, glaube ich, schon drei Tode. Nicht schlecht, nicht schlecht. Problem war halt, es ist so eng hier. Wir haben irgendwie die Heiler nicht gut verteilt. Rechts war jetzt kein Heiler. Sie hätte halt noch rechts gehen sollen. Warte, du heilst sie erstmal. Dann geht sie in Heu-Zie. So, jetzt ist alles wieder gut. Dann geht's. Dann geht's. Es ist alles in Ordnung. Ich habe viel zu lernen. Sehr gut. Nein, das ist falsch. Mein Gott, schafft ihn endlich jemand? Nein, keiner schafft ihn.